Was kann der Leatherman Surge? Es ist ein sehr schweres und sehr vielseitiges Multitool und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Rosser vom Survival Studio. Schön, dass du dabei bist. Leatherman Surge. Ich habe den in zweifacher Ausführung, einmal in schwarz und einmal in silber und wir schauen uns an, was er kann. Ich habe mir den ersten gekauft, das ist dieser hier, der in schwarz, vor ungefähr einem Jahr und den habe ich mir gekauft, aus dem Grund, weil bei einem Survival Training ein Trainee, der Wolfgang aus Salzburg, der hat eine Survival-Trainer-Ausbildung bei mir gemacht, den mit hatte und ihn bei mir abgeben musste. Warum abgeben? Das liegt einfach an dem Grund, das war das Abschlusswochenende und da durfte er nur ein Messer haben und musste eben sein Tool abgeben. Und da habe ich damit rumgespielt und habe das für gut empfunden. Ich komme dann auch gleich dazu, warum. Und ja, dann ist es dieser Schwarze geworden. Aber irgendwie ist es immer problematisch, weil ich verliere die Sachen und den Schwarzen, wenn der irgendwo am Waldboden liegt, ich habe ihn schon einmal verloren, Stunden gesucht und erst dann wieder gefunden, jetzt habe ich mir den Silbernen besorgt, weil der leuchtet mehr heraus. Dieses Tool ist massig schwer. Das ist ein echter Nachteil, also das musst du dir bewusst sein, wenn du dich dafür interessierst. Ich habe das Leatherman Wave zum Beispiel, der ist mein EDC-Tool, der ist leicht kompakt und macht trotzdem allem alles mit und ist sehr fein. Aber dieser Surge, der ist richtig schwer. Das kannst du vergleichen mit einem Leatherman, mit einem Swiss-Tool, das wollte ich sagen. Die Swiss-Tools mit Vollausstattung, die sind auch recht schwer. Und der hier auch. Also das ist wahrscheinlich nichts, was du so ganz locker, flockig am Gürtel hängen willst. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, dass du zwei Klingen zum Beispiel zur Verfügung hast, die deutlich länger sind, die wirklich, ja, mit denen kann man wirklich schön arbeiten. Gibt es jetzt einerseits den glatten Anschliff, der sauscharf ist und sich auch gut nachschärfen lässt und dann einmal diese Serrated-Klinge hier. Leider beides im Ein-Hand-Öffen-Mechanismus, also für die Deutschen leider nicht mitführbar und in Zukunft ja vielleicht sogar, weil es ja auch über 6 cm ist. Irre, irre. Aber das besprechen wir mal an einer anderen Stelle. Also das ist mal das eine, zwei echt top Klingen. Das ist auch noch nicht der Vorteil, aber das hat er. Er hat eine Schere und zwar eine Schere, die wirklich was kann. Die ist wirklich super. Das ist nicht nur so ein kleiner Löcherl, wie man in Österreich sagt, also so eine kleine Schere, sondern die macht wirklich was. Die ist wirklich groß, die ist schön scharf, mit der kann man wirklich gut arbeiten. Ist echt gut gemacht. Dafür hat er auch dementsprechendes Gewicht. Aber das war auch noch nicht der Ausschlag für mich. Nein, das war nicht das ausschlaggebende Kriterium für mich, sondern die Säge war es. Schau dir mal die Säge an. Die Säge ist, hat das hier, dieses komische Dingsbumse hier. Das haben sie beide. Ob jetzt den Silber oder ein Schwarz, das haben sie beide. Und die Säge bei dem Schwarzen ist halt auch schwarz. Das ist halt ganz einfach so. So, warum ist das der Fall? Weil du damit hier das Sägeblatt wechseln kannst. Wenn das Sägeblatt hinüber ist, kommt es weg und es kommt ein neues rein. Es wird da eingesetzt. So, jetzt vielleicht ein bisschen herumfummeln, aber das geht schon. Und dann klick wieder und fertig. Und ich kann das Sägeblatt tauschen. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, du sägernst nicht. Aber, und jetzt kommt es, du kannst ein langes Sägeblatt einspannen. Ich zeig's dir dann nachher im Test. Also das hat schon einen Vorteil. Also ich kann in meinem Rucksack ein langes Sägeblatt mitnehmen und bei Bedarf umspannen. Und da habe ich mir gedacht, ach, das interessiert mich, das will ich testen. Ähm, Sägeblatt ist auch scharf genug, um den Feuerstall zum Beispiel zu bedienen. Das ist alles cool, alles top. Also so schaut's mal aus. Das kann meiner Meinung nach was. So, dann da drinnen, ja, da ist immer das das klassische 1, 2, 3, ja, ja, ist lieb und nett. Und auf der anderen Seite ein Dosen- und Flaschenöffner und eben diesen Bit-Thema da austauschen kann. Einmal ein Kreuz und einmal in Flach, ja. Ist eh schön, ist alles gut, ist wunderbar. Das ist meiner Meinung nach, ja, nichts Besonderes. Da wäre es mir persönlich lieber gewesen, aber das ist nur Sudan auf hohem Niveau. Ähm, statt, äh, zum Beispiel dem kleinen Schlitz da, ja, das einzubauen, wo man diese kleinen, äh, das hat der Wave zum Beispiel, den habe ich jetzt hinten liegen lassen, aber da habe ich gerade gesagt, ich habe ihn als EDC und EDC ist wirklich EDC Every, aber anscheinend doch nicht. Der hat dann noch einmal einen kleinen Bit, einen feinen Bit, also nicht so einen großen, sondern einen kleinen, feinen Bit. Das wäre mir lieber gewesen, aber das ist wie gesagt, Raunzen auf hohem Niveau. Was auch ein großer Vorteil ist, wenn du wirklich viel damit arbeitest, dass du einen Seitenschneider austauschen kannst. Das ist, wenn du nur hier und da was dust und auch nicht massiv damit arbeitest und hart damit arbeitest, nicht nötig, aber wenn du das handwerklich öfter einsetzt, beim Wave zum Beispiel habe ich mir schon ein bisschen eine Kante reingeschlagen und da, das ist einfach wechselbar und dann kommt ein neues dazu. Das heißt, das ist für langfristige Sachen, wenn du die dazugehörige Ausrüstung hast, die bessere Wahl, weil länger haltbar und austauschbar und dann noch immer voll im Einsatz. Das gefällt mir sehr gut. Dann gibt es ja da die Möglichkeit hier hinten, ja, da so was rauszuziehen, damit man eine Öse hat für einen Bandl. Ist auch nett, das kann man tun. Einen Clip kann man sich dazu kaufen und alles toll und alles schön. Das ist einmal, okay, das ist einmal die Basisausstattung, aber jetzt mag ich dir noch einmal das Highlight in Aktion zeigen. Ja, da sind wir gleich wieder mal so vor uns hin. So, hier habe ich jetzt einen Ast. Das ist eine Weide, das ist ein relativ feiches Holz. Wir werden dann nachher uns auch ein fetteres Holz besorgen, aber egal. Und ja, hat so einen Durchmesser, also da tut sich schon ein bisschen was. So, dann von unten nochmal ansägen. Das mag ich gerade nicht abreißen. So, das war's. So, säge nach unten, sägeblatt nach unten und einklemmen. So kann man das halten. Ja, und das war's. Na gut, okay, das war ja jetzt eine Weide, war jetzt nicht allzu schwer. Suchen wir gleich noch was anderes. Aber es hat einmal ganz gut geklappt. Ja, dann sägen wir ein bisschen bei der Haselnuss genauso ein starkes Teil wie gerade bei dieser Weide. Es geht sogar noch besser. Ja, was ich wollte. Hier, da die Haselnuss. Durchgeschnitten wie nichts mit diesem Teil hier. Also das funktioniert wirklich top. Der Charme bei dieser Lösung ist meiner Meinung nach, dass du ein Multitool hast mit all den Funktionen, die halt da dabei sind. Eine gute Schere, zwei Klingen, die auch wirklich was können. Also mit dem kann man wirklich schnitzen. Das ist nicht irgendein Schaß, wie man so schön sagt in Österreich, sondern wirklich brauchbar. Es ist ja teilweise auch so, dass du Tools kriegst. Natürlich jetzt nicht von Markenhersteller wie Swiss Tool oder auch Leatherman. Man kann da ja sehen, wie man will. Aber da ist die Klinge meistens nichts. Aber das ist wirklich sehr brauchbar. Ja, das kann ich einfach einmal so behaupten. Das ist wirklich sehr, sehr brauchbar. Du hast eine wirklich brauchbare Klinge. Du hast eine Zange mit dabei, die auch sehr brauchbar und sehr performant und stark ist. Eine gute Schere, wirklich gute Schere. Und wenn du extra mitten in so ein fettes Sägeblatt mit dem Arbeiten wirklich Spaß macht. Nicht so mit den kleinen Sägen. Das ist meiner Meinung nach der Vorteil bei diesem Produkt. Besonders jetzt, der in Bezug auf Survival Busch bleibt. Und ich mag noch einen letzten Punkt dazugeben, weil ich auch immer wieder die Frage kriege. Es gibt auf YouTube andere Survival-Kanäle und Survival-Trainer, die sagen, das ist scheiße. Ja, ich sage wirklich das Wort. Psst, Entschuldigung, tut mir leid. Aber die das so sagen, das braucht keiner und im Wald braucht man das nicht. Braucht man das nicht und man braucht keine Zange und nein. Also jeder darf das sehen, wie er will. Ja, oder wie sie will. Das ist überhaupt kein Thema. Für mich ist eine Zange ganz ein essentielles Tool, das ich für viele, viele, viele Dinge brauchen kann. Zum Knoten aufmachen, zum Reparieren. Zum Beispiel, wenn ich am Lagerfeuer sitze und meinen Topf rausnehmen will. Sicher, man kann sich einen Topf halt schnitzen und so. Kann man alles tun, aber mit der Zange ist das alles erledigt. Ich kann damit Reparaturen durchführen und ich kann damit Kraft auf einen ganz kleinen Punkt zusammenbringen. Ich kann Draht damit schneiden. Ich kann damit Metall ab. Jetzt kann man sagen, in Wahrheit gibt es kein Metall. Das höre ich dann auch immer wieder. Aha, okay. Na gut, wir brauchen über das Thema nicht mehr weitersprechen. Ja, wir sind nicht in, weiß ich nicht, in Alaska, wo es rund um, wenn du irgendwo in die Mitte reinfährst, wo tausende Kilometer rundherum nichts ist oder hunderte Kilometer zumindest. Wir sind in Mitteleuropa. Das heißt, dass ich mal vielleicht Draht zur Verfügung habe und dort finde, das ist gar nicht mal so eine blöde Idee, sag ich. Was du hier auch noch einfügen kannst, ist eine Pfeile. Die habe ich dir jetzt gar nicht gezeigt, weil ich sie aktuell nicht dabei habe. Aber du kannst hier eine Pfeile einspannen. Ja, eine kleine Pfeile. Wahlweise kleine Säge oder Pfeile. Pfeile kann man auch brauchen für verschiedenste Dinge. So ein Multitool ist, und das kannst du jetzt anders sehen, das ist auch. Das war's jetzt an der Stelle. Ich mag den Search. Ich mag den Search. Sehr, 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 sehr gern. Ich habe aber jetzt zwei, und das ist blöd, und daher werde ich einen herschenken. Und zwar den Schwarzen, den schenke ich her, den schenke ich den Christian aus St. Pölten. Ich bin ja weggezogen. Das ist mein ehemaliger Nachbar. Und der kriegt dieses Teil einfach aus dem Grund, weil ich mir denke, er kann das sehr gut brauchen. Und auch als kleines Dankeschön, lieber Christian, wer solche Freunde hat, wie du einer bist, der braucht auch keine Feinde. Oder kann Feinde haben, weil er diese Freunde hat. Deswegen, das kommt zu dir. Ja, hoffe, du hast eine Freude damit. Und ich werde mit meinem neuen Blitzeplanken wieder in Silber, dem bleibe ich jetzt treu, mein Unwesen treiben. Vielleicht mache ich mal einen Langzeittest, nämlich jetzt wirklich über ein paar Jahre, und erzähle dir dann, wie es dann weitergeht. Ich sage auf jeden Fall Danke fürs Dabeisein. Unten findest du den Link zu den Produkten, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao.